Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und ihr kennt es ja schon wieder. Der tägliche Gegenstand-Boss ist wieder am Start und heute gucken wir uns wieder natürlich den Item-Shop an. Lasst jetzt schon mal ein Abo, dann habt ihr auch die Glocke aktiviert, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ihr habt schon gemerkt, es kommt am Tag manchmal nur noch der Shop oder ein Shop-Video und vielleicht abends oder mittags noch ein Video, denn zurzeit gibt es halt nicht viel zu berichten. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Vielleicht kommt in Zukunft immer zwei Videos am Tag, aber versprechen kann ich es nicht. Ansonsten checkt mein Twitch-Account ab, ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, denn ich streame in den letzten, also alle zwei Tage so ungefähr und ich gebe mein Bestes. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken uns direkt mal den Gegenstand-Shop an und ich sehe schon sehr, sehr coole Sachen. Wir haben einmal Schaulins-Setup für 200 V-Bucks und das Ding sieht eigentlich ganz solide aus, muss ich sagen, also ganz stabil und ist auf jeden Fall etwas, was man sich gönnen kann. Dann gucken wir weiter, Schalenregen, ja hier mit Bananen, wenn wir bei Mario Kart wären, wäre das absolut OG. 500 V-Bucks dafür, wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt. Wenn ihr mich weiterhin supporten wollt, könnt ihr es natürlich mit dem Creator Code machen. Meta-8 ist natürlich kostenlos und freiwillig, aber ihr werdet absolute Ehrenmänner. Dann haben wir nochmal Hüpf-Lama für 500 V-Bucks, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ist auch ein Fortbewegungsmittel und irgendwie gefällt mir das, wie sie da drauf hüpft. No sexual natürlich. Dann gucken wir hier, Schalenschläge für 800 V-Bucks, nach dem Schalenregen natürlich hier auch nochmal die Banane als Spitzhacke. Außer Season 8 könnt ihr euch natürlich ebenfalls gönnen, aus dem Bananen-Banden-Set. Wir gucken weiter und zwar der Focus Skin. Der Focus Skin war zuletzt vor 46 Tagen im Shop, also jetzt nicht so allzu lange her, mit dem Nunchako-Paket als Rücken-Accessoire. Sehr nice, außer Season 9. Ich muss sagen, die Gesichtsmaske gefällt mir jetzt nicht so, ne. Also der Mundschutz, okay, Corona-Zeit passt schon, aber der Rest nicht, ohne wäre es auf jeden Fall cooler. Dann haben wir nochmal Stahl-Sicht für 1500 V-Bucks und das Ding war wirklich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr im Shop. Und zwar 466 Tage, ist schon krass, mit dem Stahlgehäuserücken-Accessoire und der Skin sieht wirklich stabil aus, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr solide aus, kann man sich definitiv gönnen. Wenn ihr euch das gegönnt habt, verlinkt mich gerne auf Instagram in meiner Story, also markiert mich Meta8YT, heiße ich dort, verlinkt mich und ich poste das Ganze in meiner Story. Dann haben wir die Carmesin-Hacke für 800 V-Bucks, auch sehr solide, war aber jetzt nicht unbedingt lange her, dass es im Shop war. Rote Ritterin vor 31 Tagen im Shop mit dem roter Schild-Rücken-Accessoire für 2000 V-Bucks. Die beiden, wie gesagt, vor 31 Tagen zuletzt im Shop. Dann haben wir hier die stille Klinge für 500 V-Bucks, sieht sehr episch aus, also die Klingen sehen echt baba aus. Dann haben wir nochmal abgenutztes Schwarz als Lackierung, auch sehr okay, also ist okay, ist jetzt nichts Spezielles. 300 V-Bucks, aber auch nur ist ganz okay. Dann haben wir nochmal stillgeschweige im Shop heute, und zwar für 1200 V-Bucks mit dem schwarzen Streifen Rücken-Accessoire, zuletzt vor 37 Tagen im Shop gewesen. Dann haben wir nochmal natürlich die agile Klinge als Spitzhacke für 500 V-Bucks. Dann den SigSkin, zuletzt vor 31 Tagen im Shop gewesen, also bis jetzt auch nur einmal. Und den Schalldämpfer für 1200 V-Bucks insgesamt. Der Schalldämpfer sieht auch echt geil aus, die Tasche. Dann, das war es auch natürlich von dem Gegenstand-Shop. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke kackt werden. Und meinen Creator-Code METTE-8 im Gegenstand-Shop eingeben. Alle 14 Tage muss er noch eingetragen werden, also macht es einfach mal, unterstützt mich damit. Und wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der V-Buckschreibung. Twitch nicht vergessen, da heiße ich METTE-LOKO. Ist auch in der V-Buckschreibung nochmal verlinkt, ganz ganz oben. Wir sehen uns im nächsten Video, dann würde ich sagen, bleibt gesund. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.